Und herzlich willkommen, naja es wird kein Let's Play bei MB3, ich zocke das halt ab und zu mal zwischendurch und deswegen, ich weiß nicht ob es ein Let's Play wird, auf jeden Fall kommt zwischendurch mal da von ne Folge, wie von Special Force 2, wo ich auch mal eine Folge rausgehauen hab, mal gucken wie oft das rauskommt und wir werden's ja sehen. Ist schon stressig genug mit Dead Space und mit den Skyblock Folgen, ich kann mittlerweile nur noch kurz vor der, ja sagen wir so, nachts aufnehmen, direkt nach der Arbeit, duschen, essen und dann ist schon Nacht, ne. Wochenende hab ich auch nie so wirklich Zeit für etwas. Naja, los geht's, ähm, welche Waffen nehmen wir? Ich weiß nicht, ob es ein bisschen zu laut ist, ich mach, also ich finde das extrem laut. So, ich weiß jetzt nicht, ob ich, darf ich mal zu Ende reden, ob das Spiel zu leise ist, wenn nicht, hab ich halt dann in dem Moment Pech, ne. Hört ihr mehr mich als das Spiel. Und ich denke, ich wusste, oh ne, komm ey. Das letzte Mal war nicht, na gut, ich hab ein paar Folgen zum Test aufgenommen und da ist jedes Mal was dazwischen gekommen, dort ein Anruf, da ein Anruf. Man sieht's ja auch immer bei Skyblock, dass da auch immer einer, jedes Mal Anruf, wenn ich grad aufnehme. Oder, dass jemand was von mir will und ich kurz rauskomme, ach. Immer wieder kommt was dazwischen, ne. Darf ich auch mal einen Kill machen, ohne dass mir den Kill geklaut wird? Ich hab den zuerst gesehen. Moment mal, da hab ich doch grad eingesehen. Diesmal luckt es nicht, wenn ich dabei rendere. Ja, im Hintergrund rendere ich grad die Skyblock-Folgen. Ähm. Wo ich auch ein bisschen so hinterherhakel. Ich hoffe, nächste Woche könnte ich etwas mehr aufnehmen. Weil da hab ich Schule und bin schon nachmittags daheim. Was soll denn das? Nachmittags daheim und hab da etwas mehr Zeit. Das war so klar, dass da sowas angeflogen kommt. Letztes Mal, wie ich aufgenommen hab, im Hintergrund gerendert hab, ähm, hat das Spiel komplett gelackt. Diesmal geht's einigermaßen. So, camp mir mal ganz kurz. Ich weiß, Camper, äh, ich als Camper überlebe nicht lange. Ähm. Ich hab auch eine Fun-Aufnahme. Ich weiß aber nicht, ob ich die hochlade, weil ich da während dabei geskypt hatte. Und nicht so wirklich einen Anfang hatte und ein Ende. Ich einfach so spontan aufgenommen hab, ohne was zu sagen. Also, ohne, ja, Herzlich Willkommen sozusagen, ne. Ähm. Da hab ich einfach ein Stück, ähm, rausgeschnitten und dann Anfang geschwätzt halt beim Ladebildschirm. Wie ihr es wollt, könnt ich, könnt ich nach der Folge, ähm, auch hochladen. Müsst ihr einfach reinschreiben, ob ihr das wollt oder nicht. So. Ich renne mal hoch. Das wird ja gerade angezeigt, wenn ich mein... Ja, okay, der ist tot. Wollte grad sagen, nicht, dass der schneller ist, aber da warte. Gegner schneller. Oh. Der Hammer hat den doch noch erwischt. Nein! Nein! Und wir wurden auch erwischt. So. Bei der Fun-Aufnahme hab ich auch ein neues Render-Programm getestet und ihr müsst dann schreiben, welches ihr besser findet. Chemtasia oder... Chemtasia ist das gerade, was ich aktuell immer benutze. Und das Neue war, müsst ihr dann sagen, ob es okay ist. Oder nicht. Ziemlich viel Action hier drin. Ich hoffe, die Sounds von dem Spiel sind, ähm, etwas lauter. Ich mach die jetzt nochmal. Etwas lauter. Ich hoffe, die sind jetzt nicht zu laut. Ich weiß, ich kacke gerade momentan echt nur ab, weil ich saulange nicht mehr gezockt hab. Und ich echt jeden übersehe. Ich finde es einfach extrem laut halt. Feindliche verbesserte Aufklärungsdrohne gesichtet. Feindliche verbesserte Aufklärungsdrohne gesichtet. Ich glaube, da kommt gerade ein Stay-Heart-Bomber angeflogen, ja. So. Ey, komm, ey. Ich kann doch nicht so ablosen. Ja, das ist nicht mit Thermal. Gut. Ja, jumpen wir mal schnell drüber. Da oben. Komm, ey, das geht, das ist doch nicht... Ja, okay, da ist das Spiel vorbei. Ich bin ja auch mitten drin reingeplatzt. Und wir sehen uns gleich wieder, weil ich überspringe das Ganze. Außer die Abschuss-Camp. Danach mach ich einen Cut und ihr seht dann... Wir sehen uns dann wieder beim Ladebildschirm. Bis dennne. Und da sind wir auch wieder zurück. Ich mach immer so zwei, drei Runden für... Für einen... Für eine Folge so rum. Ja. Und weil... Sind ja immer ziemlich sehr kurze Runden. Und bei der ersten Runde platzt man hier immer irgendwo da rein. Ist aber normal. So. Da geht's jetzt auch gleich los. Sollte losgehen. Ja. Ähm, welche Waffe nehme ich diesmal? Ich nehm diesmal diese. Ich hab die Zones noch etwas runter gedreht. Äh, bei mir sind sie immer noch extrem laut. Ich sollte mir mal irgendwo mal ein anderes Headset zulegen. Ich finde bei MV3 die Zondeinstellung echt scheiße. Man kann nur allgemeine Zones runterdrehen. Und sind nicht alle einzeln aufgelistet. Das finde ich nicht so prickelnd. Hätten sie echt besser machen können. Aber naja. Da ist doch einer. Komm. Der ist doch bestimmt hier langgerannt. Nein! Oh, ich hätte es wissen müssen. Und hätte weiter in der Deckung bleiben sollen. Ich hab immer so ne Vorahnung, wann ich sterbe. Oh, komm ey. Ich weiß, da passiert echt nicht viel. Ähm, ich versuche mich auch grad wieder irgendwie etwas reinzuspielen. Und ich glaube, ich hätte echt nicht so lange ne Pause machen sollen. Immer wenn ich nachlade. Ey, der könnte ausrasten. Ehrlich jetzt? Jawohl. Wenigstens einen erwischt. Komm, ey. MW3 war doch so ein einfaches Spiel. Vielleicht nehme ich das auch über die Xbox auf. Ich weiß es noch nicht. Ey. Da. Ich bin echt zu zu dumm, um zu treffen, ey. Geh. So. Gehen wir mal. Diesmal gehe ich da entlang. Da wird auch direkt einer von unseren Team von uns gespawnt. Nein, nee. Ich geh nicht da lang. Boah, das war so klar. Ey, komm, ey. Ey, ey, Mann. Achtung, feindliche Vorräte. Ja, schön. Ich bin hier grad voll am Abkacken. Da. Da. Naja. Was soll man dazu sagen? Geht doch. Na, komm. Ich will den noch erwischen. Ey, Mann. Mann. Jawoll. Wir kacken grad voll ab, ey. Kann das sein? Versuche ich halt irgendwie so einigermaßen nicht zu verrecken. Dass meine KD nicht so mies wird, aber Nein. Ich bleib in meiner Deckung. Ich weiß jetzt schon, dass es da rot aufleichten wird. Kann ich jetzt aus... Kann ich? Ja, kann ich? Ey. Guck mal, Alter. Geh verrecken. Hab ich grad einen erwischt? Ich renne da jetzt auch mal schnell hin. Ey. Wie die's wissen, ey? Ich hab da gleich keinen Bock mehr drauf. Boah, was soll die Scheiße? Ehrlich jetzt. Einfach mal hingeballert. Um zu hoffen, einen zu treffen. Tut mir leid, dass ich am Anfang so oft verrecke. Aber ich muss mich echt wieder einspielen. und versuche, äh... zu gucken, welche Waffe grad passend für mich ist. Achtung! Feindliche Vorräte! Ja, ist okay, ey. Okay. Oh, ey, shit! Komm, Alter. Ich messer grad mal das... nicht das Geschütz. Oh, komm, ey. Ich bin jetzt 16 Mal verregt. Hab grad mal zwei Kills gemacht. Ich reg mich grad... nur noch auf. Ja, toll. Die Runde ist auch vorbei, ey. Und da steht schon wieder neues Geschütz. Na ja, wenigstens hab ich das gemessert. Alter! Wie schlecht bin ich denn geworden? Ach, ne tolle Abschlusscamp. Voll der Einschlag. Na ja. Und wir sehen uns gleich bei der nächsten Runde. Und da sind wir wieder zurück. So. Das ist die dritte Runde. Und damit wär's dann eine Folge gewesen. Bei der letzten Runde, ey, das... muss mich echt wieder einspielen. Mann, 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 Mann. Mann, 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 ey. So. Warte auf andere Spieler. Müsste da jetzt stehen. Ne, diesmal nicht. Okay, ich hab mich gehört. Und wir sind mal wieder voll reingeplatzt. Oder es hat schon ohne uns begonnen. Geh sterben, du Arsch! Na! Sollte mir echt neue Klassen zulegen. Gut, wir sind hier mitten im einen Störer. Oder nicht mehr. Wir sind hier nicht mehr safe. Ja, okay. Haben wir auch eine P90 dabei? Äh, stand da gerade P90? Ah, so. Hab mich vertippt. Ja, ist okay, ey. Mensch. Kannst du gerne haben, aber ich hab keine dabei. Ich hab doch früh genug geschossen, Junge. Oder so. Komm, komm. Hier, frisst das! Ey! Wird mir gerade geblendet, weißt du? Der Feind blockiert unser Radar. Was als Zweitwaffe erwischt denn da? Ja, okay. Da haben wir den erwischt am Kopf. So, gehen wir mal da hin. Aber sehr vorsichtig. Ich hab's gewusst, dass da einer lauert. Da werfe ich mal gerade eine Granate hin. Hätte auch klappen können. Ja, okay. Jetzt wissen die eh, wo wir sind. Ja, das war eh klar. So, da haben wir den noch erwischt. Muss echt schnell sein, ey. Ja, komm, frisst die Granate. Passt. So. Oh, komm, ey. Warum ruckelt denn das alles? Nach dem Bombeinschlag, ey Komm Das ist doch nicht möglich, ey Ich warte auf dich Komm, ist doch nicht wahr, ey Komm, friss wenigstens die scheiß Granate, ja Da lag das mich grad voll in die Eck Wir sind schon wieder 13 mal gestorben Ich verliere langsam den Überblick Ich lande auch jedes Mal in so Scheiß Teams, Mann Mir reicht das langsam Okay, das war zu langsam Ey Ich war schon längst in der Deckung und sterbe Das gibt's doch nicht Ey Das gibt's nicht So, da war die Abschlusscam Und wir sehen uns in der nächsten Folge bei Call of Duty MB3 Tschüss